Die meisten von euch möchten Instagram-Follower aufbauen und die meisten von euch möchten das möglichst schnell und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie ich glaube, dass man heutzutage möglichst schnell 10.000 Follower auf Instagram aufbauen kann. Ich habe es mittlerweile geschafft, auf 124.000 Follower meinen Account zu bringen und die ersten 10.000 Follower damals, ist ja schon ein paar Tage her bei mir, haben dann schon ein bisschen was gedauert. Aber heutzutage geht es aber relativ zügig. Also ich habe in der letzten Zeit mal einen Account aufgebaut, das war so ein Sport-Account, da habe ich in der ersten Woche schon 600 Follower gemacht. Seitdem habe ich da gar nichts mehr gemacht, aber in einer Woche die ersten 600 Follower gingen dann doch recht schnell und ich möchte dir ein bisschen Mut zusprechen, falls es bei dir aktuell nicht klappt. Keine Sorge, die Spitze, die du siehst, die Leute, die halt viele Follower haben, vor allen Dingen auch in deiner Nische, das sind die Top 1%. Den meisten Leuten geht es eher so, dass sie es halt gerade nicht packen, 10.000 Follower oder mehr aufzubauen. Ist aber auch erstmal nicht schlimm. Also ich glaube schon, dass du es packen kannst, deswegen fangen wir jetzt mal hier mit dem Video an. Das Instagram-Spiel hat sich verändert in den letzten Jahren. Normalerweise ist es so, dass ausgewählte Profile extrem schnell sehr, sehr viele Follower aufbauen und manche Profile irgendwie das Gefühl haben, früher war alles einfacher. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, früher war es nicht einfacher. Also ich mache Instagram jetzt seit über 10 Jahren und früher haben wir in unserer Bubble, ich war ja früher mal Fashion-Blogger, unfassbar viel getan dafür, dass wir Follower generieren. Wir haben miteinander kooperiert, wir haben gegenseitig kommentiert, wir haben die ganze Zeit gegeneinander interagiert, nur dass wir mal vielleicht ein paar hundert neuen Leuten angezeigt worden sind. Natürlich war damals die Konkurrenz nicht so hoch, man musste nicht ganz so krasse Qualität haben wie heute. Heutzutage nutzen die Leute aber mehr Instagram und heutzutage hat man durch das Format Reels eine extrem hohe Chance, die ganze Zeit neuen Menschen angezeigt zu werden. Es führt natürlich dazu, dass diese Leute auch so eine gewisse Übersättigung haben, das heißt heute muss man ein bisschen mehr herausstechen als früher. Früher gab es halt einfach nicht so viele Leute, aber man hat halt schneller, wenn man die erreicht hat, Follower gemacht. Das stimmt schon, aber wie gesagt, es war halt trotzdem schwerer, die zu erreichen. Heute ist es leichter, die zu erreichen und dafür bekommt man sich schwieriger. Also es hat sich ein bisschen gedreht, deswegen müssen wir heute anders Content erstellen als damals. Und da fangen wir jetzt mal ganz einfach und ganz simpel an, denn ganz viele Leute verstehen immer noch nicht, dass Menschen, die dein Reels sehen und dir eventuell folgen möchten, zu fast 90 Prozent, die Zahl ist geschätzt, erst mal auf dein Profil gehen. Das habe ich jetzt mal so in Befragungen sozusagen herausgefunden. Das ist keine offizielle Statistik, die ich jetzt von Instagram oder Facebook habe, aber normalerweise ist es doch so, wenn ich jemanden sehe in Reels, klicke ich nicht auf den Follow-Button, sondern ich gehe auf das Profil und gucke mal so ein bisschen rum. Und da fällt mir natürlich immer sofort erst mal das Profilbild auf. Der Blick wird ja automatisch erst mal auf das Profilbild gelenkt und dann sehe ich, wie viele Follower der hat, wie viele Leuten der folgt und dann erst sehe ich irgendwann die Bio, also den Text, der tatsächlich im Profil steht. Und da sieht heute jedes Profil gleich aus. Jeder hat vorne einen Smiley, dann diesen Strich und dann einen Spruch. Jeder. Mach das nicht. Also natürlich kannst du mit Smilies das so ein bisschen auflockern, aber ich mache das mittlerweile komplett anders. Du kannst ja mal auf mein Instagram-Profil gehen. Dann siehst du ja, dass ich da einen anderen Text verwende, der einfach deutlich mehr mich direkt zeigt. Also geh mal drauf und dann wirst du es merken. Worum es da allerdings geht, ist erst mal eine prägnante Beschreibung, die in wenigen Worten dein Business erklärt, aber auch deine Persönlichkeit zeigt. Denn die Leute folgen keinen Business-Accounts und wenn sie ein geiles Reel von dir gesehen haben, keine Ahnung, über irgendein Thema spielt es auch erst mal keine Rolle, und dann auf dein Profil gehen, dann connecten sie sich mit dir, wenn du denen sympathisch bist. Nicht, wenn du die krassesten Beiträge auf Instagram postest. Und das ist halt der erste Berührungspunkt mit den Leuten. Wenn um dein Profilbild ein Kringel ist, das heißt, du hast eine aktive Story, gucken die meisten tatsächlich, vermute ich, erst mal deine Story. Das heißt, die gehen auf dein Profil, sehen, ah, der hat eine Story online, zack, sind sie in der Story. Und auch da musst du dann wieder abliefern, damit dein Reel dir halt überhaupt Follower einbringt. Und auf deinem Profil sollten halt ganz viele Highlights sein, auch viel Persönliches, also einfach deine besten Storys vielleicht auch nochmal als Highlight posten, weil auch das erhöht stark die Bindung. Ich merke das bei mir selber. Wenn ich bei jemandem auf das Profil gehe, gucke ich oft in die Highlights tatsächlich rein. und diese Highlights, wenn sie halt cool gemacht sind oder halt ich da so ein bisschen den Vibe spüre, den ich brauche, folge ich den Leuten. Das heißt aber auch, dass dein erstes Highlight nicht unbedingt ein Gratiskurs sein sollte, wenn du jetzt Unternehmer bist oder dein Angebot juckt keine Sau, sondern eher sowas wie Persönliches oder über mich oder irgendwie sowas Behind-the-Scenes-mäßiges. Weil das suchen sich die Leute sowieso aus. Die sehen ja sofort drei, vier Highlights und die sehen, was da drunter steht. Normalerweise ist es echt unsympathisch, wenn du Leuten bei deinem Erstkontakt schon was verkaufen möchtest. Haben die keinen Bock drauf. Also das waren ja jetzt erstmal die Basics. Gehen wir mal weiter zu Content-Strategien, die schnelles Wachstum fördern. Reels. Kapitel vorbei. Ja, so einfach ist es nicht. Also normalerweise ist es so, dass Reels die meisten nicht Follower erreichen. Das heißt jedes Mal, wenn du ein Reel postest, bekommst du eine hohe Anzahl an Views von Menschen, die dir noch nicht folgen. Jetzt ist es aber ja bei Instagram so, dass wir zwei Komponenten des Wachstums haben. Einmal haben wir die Leute, die dir neu folgen und einmal Leute, die bleiben bzw. abhauen. Wenn du jetzt jedes Mal, wenn du postest oder generell Minus machst, das heißt es entfolgen dir viel mehr Leute, als dir neu folgen, solltest du vielleicht andere Arten von Beiträgen posten. Weil es ist so, wenn jetzt jemand dein Reel sieht und dir dann entfolgt, dann hat er meistens viele Reels vorher nicht mehr gesehen, weil Instagram ihm das nicht mehr angezeigt hat. Teilweise sind das Monate. Also ich hatte schon mal Leute, die haben mir geschrieben, krass, du bist jetzt nach vier Monaten wieder auf meinem Profil gelandet mit deinem Reel, obwohl du ja jeden Tag gepostet hast. Oha. Das liegt einfach an der Ausspielrate von Instagram. Wenn Leute generell nicht so viele Reels gucken, du aber nur Reels machst, vielleicht haben sie mal viele Reels geguckt, haben aber jetzt keinen Bock mehr auf Reels, sondern gucken nur noch Storys oder gucken sonst irgendwas anderes, Karussellposts, Einzelbilder etc., dann werden sie dein Reel niemals sehen. Bedeutet, mixe deine Reels auf jeden Fall mit Karussellpostings und oder Einzelbildern. Ich poste mittlerweile wieder alle drei Sachen und dadurch, dass ich Karussellpostings poste, sind alte Kontakte, die mir ja schon, wie gesagt, manche Leute folgen mir seit Jahren, wieder reaktiviert worden und seitdem sind meine Reelviews, meine Reelinteraktionen wieder besser geworden. Und außerdem haben Karussellposts halt noch so den Vorteil, dass die halt dein Engagement nochmal richtig boosten. Also teilweise habe ich zehnmal so viel Engagement auf Karussellpostings wie auf Reels. Nimm es also so, Karussellposts sind für deine bestehenden Follower, Einzelgrafiken sind dafür da, dass die Menschen das in ihren Storys teilen. Da geht es dir nicht um deine eigene Reichweite, da geht es nur darum, die Einzelgrafiken, Einzelbilder so zu gestalten, dass das Menschen teilen möchten. Das heißt, da ist irgendein krasser Spruch drauf oder ein Text oder irgendwie sowas oder irgendwas sehr Emotionales oder, oder, oder. Du musst halt am besten wissen, was deine Leute halt gerne von dir teilen, weil damit erreichst du ja neue Zielgruppen und Reels sind auch dafür da, neue Zielgruppen zu erreichen. Das heißt, die gestalten wir so, dass Instagram das möglichst nach außen hin ausspielt. Und diese Kombination hilft dir erstmal, dass du weniger Follower verlierst und gleichzeitig welche aufbaust. Das ist wie bei Finanzprodukten. Wir gehen bei Finanzprodukten auch nicht all in in die Aktien, die uns jetzt am meisten Cash bringen, sondern wir sichern die parallel ab mit einem ETF oder mit, keine Ahnung, Rohstoffen oder sonst irgendwas, damit, falls diese Aktien crashen, wir nicht so tief fallen. Und das ist genau der Punkt, wie man Karussellpostings nutzt. Viele Leute denken daran, wenn sie schnell auf 10.000 Follower wachsen möchten, möglichst viele Follower zu machen. Aber wir müssen eben auch Follower halten. Und das tun wir halt mit Karussellposts und natürlich auch mit deiner Instagram-Story. Da gibt es schon ein Video hier auf meinem Kanal, guck dir das gerne mal an. Und dein Contentplan, wenn du halt jetzt wirklich auf 10.000 Follower wachsen möchtest, ist einfach, ist einfach. Also poste halt einfach jeden Tag, mindestens einmal und eventuell einfach im Wechsel. Du könntest jetzt, wenn du noch öfter posten kannst, könntest du so erstmal posten, also Reel, Karussell, Einzel, Reel, Karussell, Einzel, Reel. Hättest du drei Reels die Woche, zwei Karussells, zwei Einzel. Oder du machst halt Reel einzeln an einem Tag, Karussell, Reel einzeln, Karussell, Reel einzeln, Karussell. Da hast du natürlich viel mehr Bilder und viel mehr Reels auch. Dass dieser eine Slot frei wird, mehr Reels und gleichzeitig mehr Einzelbilder. Die kommen sich auch nicht in die Quere. Also normalerweise sind die Leute, die viele Reels gucken, die bekommen deine Einzelgrafiken und Bilder gar nicht so angezeigt. Wie gesagt, ist aber die gleiche Strategie. Also mit Reels versuchen wir nicht, Follower zu erreichen und mit deinen Einzelbildern auch. Deine Einzelbilder sind aber dafür da, dass es in Storys geteilt wird und deine Reels sind einfach dafür da, dass der Instagram-Algorithmus die an neue Leute ausspielt. Diese Kombination sorgt dafür, dass Instagram halt das ganze Portfolio bespielen kann. Die können dich besser im Explorer pushen, sie können dich besser in Hashtags pushen, sie können dich überall besser pushen, weil du ja jetzt verschiedene Formate sozusagen anbietest. Die nächst krassere Taktik wäre tatsächlich sogar noch, wenn du die Einzelbilder abwechselnd im 1 zu 1 oder im 4 zu 5 Format postest. Das ist aber jetzt wirklich eine Spinnerei, sage ich mal. Normalerweise empfehle ich das nicht. Früher hat das aber mal geklappt, weil Instagram dann wirklich auch noch die Formatslots hat. Es gibt ja noch so vereinzelte Leute, die haben halt quadratische Sachen und wenn du was Quadratisches postest, wirst du da eher angezeigt. Empfehle ich dir nicht. Könntest du theoretisch mal testen, wenn es jetzt keine Riesenarbeit für dich ist, ist aber jetzt auch kein Riesenhack. Der nächste Teil dreht sich um Engagementstrategien. Ganz am Anfang, also wenn dein Account relativ frisch ist, kennt dich Instagram noch nicht. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, welche Zielgruppen sollen sie denn anspielen. Und deine Zielgruppe, die sie anspielen, ergibt sich daraus, wer interagiert mit deinem Content und dann suchen sie Leute, die dem Interagierer ähnlich sind. Und das ist der größte Haken, den viele Leute am Anfang falsch machen. Wenn du jetzt Follower aufbauen möchtest, zum Beispiel als Copywriter, dann würde ich ja erstmal nicht bei anderen Copywritern interagieren, weil Instagram merkt dann, dieser Copywriter hat zurückinteragiert und sucht dann andere Copywriter. Brauchst du nicht. Also du willst ja nicht, dass deine ganze Konkurrenz dir folgt, sondern du möchtest Leute haben, die sich für Copywriting interessieren. Das heißt, du interagierst mit Leuten, die bei den Seiten von den Copywritern interagieren und so baust du halt langsam diesen Trust auf und auch das Verständnis für Instagram, was du eigentlich machst. Es gibt natürlich nicht nur das aktive Interagieren, es gibt natürlich auch noch optimierte Reel-Strategien, die sind aber viel schwieriger. Ich würde dir tatsächlich am Anfang empfehlen, sagen wir mal, du würdest jetzt bei Null starten. Such dir unter den Interagierenden bei anderen Copywritern, also Person A ist Copywriter, Person A, der Copywriter, hat 300 Likes auf irgendeinem Beitrag. Jetzt kannst du auf diese Likes gehen und dir unter den Interagierenden Leute aussuchen, mit denen du langfristig mal ein bisschen interagieren möchtest. Da likest du zwei, drei Bilder, da kommentierst du was und du folgst denen. In einer hohen Prozentszahl, also je nachdem, natürlich wenn du keine Follower hast, aber je nachdem wie du interagierst, werden dir diese Leute auch zurückfolgen, wenn sie halt noch nicht wirklich extrem viele Follower haben. Das heißt, schau dabei, dass die vielleicht, keine Ahnung, 1000, 2000 Follower höchstens haben, interagiere mit denen, guck, dass sie ein bisschen dieses Thema halt selber auch bedienen, schau, dass du halt mindestens 15, 20 Postings schon vorher online hast, dass egal wie die performen, es geht nur darum, dass du ja jetzt versuchst, aktiv Leute auf dein Profil zu holen und dann machst du das mal jeden Tag, bei 30, 50 oder 80 Leuten. Das heißt, du gehst auf ein Profil, likest zwei, drei Bilder, die dir wirklich gefallen, kommentierst was Sinnvolles bei irgendeinem Bild und folgst den Personen dann. Dann wirst du merken, dass du innerhalb von kürzester Zeit relativ schnell viele Follower aufbaust. Außerdem hast du dann ein Netzwerk von Leuten, die vielleicht auch immer bei dir interagieren. Und wie gesagt, ich empfehle halt nur, folge nur Leuten, von denen der Content dir halt auch irgendwie gefällt. Ganz ehrlich, du kannst die auch irgendwann wieder aussortieren. Jetzt nicht nach einer Woche, aber ich folge ja auch nicht mehr den gleichen Leuten wie vor fünf Jahren oder vor drei Wochen. Also ich entfolge immer wieder mal Leute, wo ich denke so, das passt jetzt einfach nicht mehr. Das ist normal, das ist nichts Schlimmes. So macht es halt einfach jeder. Und ganz ehrlich, diese Engagement-Strategie ist nach wie vor die beste. Es gibt tausende. Ich habe schon über alle möglichen Engagement-Strategien gelesen und auch berichtet und auch, ich habe die auch selber schon getestet. Aber wenn du das machst, also du interagierst bei zehn Leuten, du likest von zehn Leuten, die unter tausend Follower haben, die Bilder, du schreibst denen einen Kommentar und du folgst denen. Da werden dir drei oder vier zurückfolgen. Und wenn du das jetzt 50 Mal am Tag machst, dann hast du 20 neue Follower am Tag, das machst du mal zwei Monate und dann hat Instagram schon lange genügend Informationen, um deinen Beitrag richtig vielen Leuten anzuzeigen. So Teil Nummer vier dreht sich komplett um das Thema Reels. Allerdings habe ich schon ganz viele Videos auf meinem Kanal über Reels und wie man damit Viralität erzeugt. Ich habe aber jetzt auch einen brandneuen Online-Kurs, der das ganze Thema Reels bespielt, eine Reel-Masterclass, wo du alles lernst, was du brauchst, um mit Reels viral zu gehen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Wir gehen direkt zu Teil Nummer fünf, Kooperationen und Shoutouts. Wenn du nämlich überhaupt keinen Bock hast, langfristig zu interagieren, versuch mal mit Kooperationen oder Shoutouts zu arbeiten. Es ist doch so, dass wenn du Content erstellst, der oft geteilt wird, dass du dadurch Follower gewinnst. Hast du wahrscheinlich schon mal gemerkt. Man kann Shoutouts, je nachdem wie groß man ist, auch relativ leicht selbst beeinflussen. Und zwar mit Postings wie, das sind meine absoluten Top 5 Lieblings-Creator auf Instagram. Und da wählst du aber keine mit 50 oder 100.000, sondern da wählst du halt einfach welche mit 1.000, 2.000, 3.000 Followern. Viele davon werden sich natürlich logischerweise geschmeichelt fühlen und gegebenenfalls deinen Beitrag sogar reposten. Jetzt wäre es sogar noch einfacher, wenn du das als Einzelgrafik machst und sagst, das ist der Creator of the Week. Das ist eine Taktik, die kann man am Anfang gut nutzen. Das heißt, jede Woche ein- oder zweimal Shoutoutest du für ein gewisses Thema deinen absoluten Lieblings-Creator aus. Da geht es dir erstmal darum, dass dieser Creator natürlich irgendwo ein Stück weit in deiner Bubble ist, weil wenn der dich Shoutoutet, willst du ja auch Leute zu dir locken, die sich tendenziell für dein Thema interessieren würden. Aber eben nicht genau das Gleiche. Ich Shoutoute auch fast nie jemanden aus, der exakt das gleiche Thema behandelt wie ich. Ich Shoutoute manchmal aber Leute aus, die halt sowas machen, was nicht direkt das ist, was ich mache, aber meiner Zielgruppe trotzdem helfen. Das heißt, wenn ich jemanden kenne, der extrem geil Landingpages baut oder der extrem geiles Copywriting kann oder so, der kommt mir ja nicht in die Quere mit meinen eigenen Kunden. Also ich Shoutoute nie meine Konkurrenz out. So, keine Ahnung, normalerweise nicht. Shoutoute aber trotzdem hier und da mal Leute, die halt, ja, das verdient haben. Ich habe zum Beispiel mal einen Cutter ausgeschautet und der hatte mir dann mal berichtet, dass er irgendwie ein, zwei neue Kunden dadurch gewonnen hat. Und so ein Cutter, der arbeitet ja langfristig mit Leuten zusammen. Es war also schon ein guter Wert für ihn, der dabei rumgekommen ist. Grüße, Gerrit. Und solche Leute Shoutoute man natürlich gerne aus, weil man hat selber keinen Nachteil davon. Man gibt seine eigene Community aber einen Vorteil dadurch. Und du kannst natürlich auch vorher mit Leuten sprechen und sagen, sollen wir mal Shoutout für Shoutout machen? Also man kann so miteinander kooperieren. Normalerweise ist es so, dass das beste Shoutout für Shoutout so Beefs sind. Hast du bei YouTube bestimmt schon mal gesehen. Also Leute, die sich so gegenseitig fertig machen. Oft ist das abgesprochen vorher. Und dann nutzt man einfach so die, ja, diese Viralität dieses ganzen Themas, weil auch ganz viele andere Leute darüber berichten werden. Wenn du aber noch klein bist, dann wird das keiner machen. Du könntest aber ohne weiteres, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit dieser einen Taktik schon auf 500 oder 800 Follower gekommen bist, jemand anderen anschreiben, der vielleicht auch 500 oder 800 oder 1000 oder 2000 Follower hat. Und dann sagen, hey, sollen wir mal uns gegenseitig Shoutouten? Ich finde dein Profil super und so. So, das würde auch einen Riesenmehrwert für meine Community bedeuten. Hast du da Bock drauf? So, und klar, werden nicht alle Ja sagen, aber vielleicht sagen manche Ja. Und so könnt ihr beide davon profitieren. Und der nächste Teil ist die Analyse und die Optimierung deiner Metriken. Das heißt, wenn du jetzt merkst, dass deine Taktik nicht funktioniert, egal welche, auch das mit dem Folgen oder sowas, dann würde ich die anpassen. Innerhalb dieser Taktik. Also ich weiß, dass wenn man zwei, drei Beiträge liked, kommentiert und jemandem folgt, dass das auf jeden Fall klappt. Also wenn ich das mache, folgen diese Profile mir zu 70, 75 Prozent zurück. Klar, ich habe einen höheren Proof, weil ich schon einen blauen Haken habe und viele Follower etc. etc. Trotzdem ist es ja so, dass diese Taktik immer weiter in der Taktik selbst optimiert werden kann. Manchmal habe ich Leute, die liken 40 Bilder von mir. So, das fällt mir auch auf und dann gehe ich auf das Profil von diesen Leuten, weil das mir dann halt krass angezeigt wird. Das heißt, statt vielleicht Kommentare zu schreiben, likest du vielleicht nicht nur drei Bilder, sondern 20 oder vielleicht alte Sachen oder sonst irgendwas. Das heißt, innerhalb dieser Analyse, innerhalb dieser verschiedenen Strategien, beobachte mal ganz genau, was am besten für dich funktioniert. Wenn du später mal Geld mit Instagram verdienen möchtest, solltest du deine Taktik nochmal ein kleines bisschen anders anpassen. Da geht es nämlich nicht erstmal darum, nur Reichweite aufzubauen. Es geht vor allen Dingen auch darum, in der Zeit oder bevor du Reichweite aufbaust, schon ein Produkt zu haben. Weil normalerweise ist es so, dass jeder irgendwann mal in seiner Instagram-Karriere einen extremen Hype hat. Ich kenne ganz viele Profile, die haben 30.000 bis 70.000 Follower in dieser Hype-Phase gemacht. Innerhalb von einem Monat, teilweise innerhalb von zwei Wochen, 200.000 Follower oder so aufgebaut. Und damit du diesen Hype dann auch monetär für dich nutzen kannst, habe ich dir mal einen Workshop gemacht. Den Link dazu findest du unter diesem Video hier oder wenn du im Podcast bist, in der Podcast-Beschreibung. Dort erkläre ich dir ganz genau, warum man halt erst ein Produkt braucht und dann Reichweite. Ich erkläre dir da aber auch zum Beispiel noch, wie du deine Story-Reichweite etc. verdoppeln kannst. Deswegen auch für Instagram-Anfänger oder Starter. Super interessant. Guck da gerne mal rein und wir sehen uns dann beim Workshop. Haut rein. Bis dann, euer Sebi Forst. Ciao.